hallo meine lieben und zwar habe ich ein neues video für euch und zwar bin ich mit meinem mann gerade noch mal losgezogen und wir haben gerade waren gerade im lidl und wir waren tanken gewesen und zwar im lidl hat mein mann sich ein energy drink geholt diesen xxl diesen kong strong den roten für 59 10 und eben fand 99 cent diese bärchen für 189 habe ich hier diese milch diese nachmache von chocobon dann habe ich dreimal mini romaner salat geholt für jeweils 89 cent dreimal für meine jungs und für uns in euro 19 euro 19 habe ich einmal geflügel mortadella geholt für 189 habe ich einmal geflügel edel salami geholt und dann habe ich fünf mal fünf mal diese kinder joy mit diesen funko harry potter die ganz neuen habe ich fünf stück geguckt bekommen für ein euro 19 das stück habe ich fünf stück ergattert die machen wir in einem video auf entweder machen war in jedem video eins auf oder ich mache in einem video drei und in dem anderen video zwei da überlege ich mir noch was auf jeden fall machen wir die im video zusammen auf da sind ja diese harry potter figuren hier drin und die habe ich ja schon vom letzten mal dies war hermene granger und hier habe ich hat mich nicht hätte wie heißt die eule noch mal komisch nicht drauf wie ist die eule jetzt noch mal ich komme jetzt darauf die eule und da bin ich mal gespannt ich hätte ja gerne den goldenen harry potter den goldenen harry potter und vielleicht haben wir den hier drin mal gucken wie hieß jetzt die eule nicht hedwig oder nee ich weiß gerade nicht ich stehe auf dem schlauch ich weiß gerade nicht wenn einer von euch weiß könnt ihr gerne in die kommentare schreiben ne hätte ich nicht ich komme gerade wirklich wirklich hinter drauf ja genau habe ich fünf stück ergattert so ich habe schon meine schlaf sachen an und gehe mich gleich noch abschminken gesichtsroutine machen zähne putze später wenn ich in bett gehe und ja dann werde ich mit meinem mann gleich berlin tag und nacht gucken auf rtl plus genau und lassen den abend schön ausklingen so dann würde ich sagen wenn euch mein video gefallen hat würde ich mich mehr über einen daumen nach oben freuen vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren die glocke zu aktivieren dann verpasst ihr keines meiner videos und dann würde ich sagen passt gut auf euch auf denn das tue ich auch bleibt gesund und bis dahin tschaui